Tatsächlich hatte die Idee der Bastian, unser Co-Founder und der hatte das Problem quasi am lebenden Objekt selbst gelebt, gelöst, verstanden und ist dann eben auf die Idee gekommen, das mit iPad und Cloud Lösungen. Also er war eben Vertrieb für einen, wie sagt man das, POS, ein Kassensystem für die Gastronomie und hat da den Schmerz gehabt oder hat irgendwie gesehen, hey, das könnte man viel besser machen. Er hat dann eben verstanden, dass man das mit Apple-Geräten mindestens genauso gut lösen könnte, aber eben deutlich günstiger, schöner, leichter, einfacher zu bedienen und er hatte zu 100% Recht. Und hatte ich diese Idee sofort gecatcht oder hast du gesagt, was für ein Quatsch, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber gut, was soll's, ich mach das jetzt einfach mal. Ich hatte keine Ahnung von Gastronomie, ich hatte keine Ahnung von Software, ich hatte keine Ahnung vom Kasselsystem. Aber warum dachte Jakob, hey, der Typ, den brauchen wir, der ist genau der Richtige. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ein entscheidender Teil war, dass ich in München war, unser erster Kunde in München war. Wir sitzen davor, das PR1 in München und ja, man sagt mir nach, I get shit done. Und er hatte das Gefühl, er braucht jemanden, der Sachen erledigt. Und wir kannten uns aus der Agenturzeit und hatten immer wieder Kontakt und hatten irgendwie auch die gleiche Wellenlänge. Und es hat Spaß gemacht, Zeit miteinander zu verbringen und dann haben wir das gemeinsam gemacht.